Stress. Eine erhöhte körperliche, seelische Anspannung oder Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zur Schädigung der Gesundheit führen kann. An dieser Stelle ein kleines Trigger Warning, denn ich werde in dem folgenden Video über meine Rückenoperation sprechen und die daraus resultierenden Schmerzen, wie auch die finanzielle problematische Situation, in der ich mich befunden habe. Viel Spaß! Hi und damit herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Ich bin, wie der Name schon sagt, Jan-Philippo Hundertmark. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, stellen sich jetzt wahrscheinlich relativ schnell relativ viele Fragen, vor allem im Verlauf der nächsten paar Minuten. Vielleicht erst einmal ganz am Anfang. Ich habe einen Insta-Account, der heißt Hyperkyphose. Und auf diesem Insta-Account habe ich am, ich glaube, 3.10.2022 angefangen, ein paar Storys und Reels zu posten zu meiner Rückenoperation. Das Ganze hat dann aufgehört Anfang November und ich habe bis jetzt, bis heute quasi, keine weiteren Storys mehr gepostet und war relativ lange weg. Und ich würde gerne in diesem Video die letzten sieben Monate so ein bisschen reflektieren und schauen, warum ist da in den letzten Monaten nichts gekommen, was ist überhaupt alles passiert. Erst einmal wieder eine Basis schaffen, um so ein bisschen zu informieren, um dann in Zukunft in den fortlaufenden Videos auch ein bisschen spezifischer darauf eingehen zu können, was in den jeweiligen Situationen passiert ist. Dieses Video ist quasi eigentlich eine Reflexion der letzten Zeit, so ein bisschen tabellarisch. Und für die, die mich nicht kennen, stellen sich wahrscheinlich jetzt nochmal super viele Fragen. Ich hoffe, dass ich da im Laufe der Zeit eben darauf eingehen kann, falls ihr die Situation durch Instagram Vice-Berry beispielsweise vorher nicht kanntet. Hier im Kanal-Info packe ich rein den Link davon, also beziehungsweise den Namen, sollte relativ einfach zu finden sein. Genau, es geht jetzt halt einfach erst einmal darum, so ein bisschen zu schauen, was ab dem 5.10.2022 quasi alles passiert ist. Und ich hoffe, dass ich die, die mich nicht kennen, trotzdem so ein bisschen abholen kann und würde jetzt einfach anfangen und das Ganze so ein bisschen analysieren unter dem Bezugspunkt Stress. Denn ich wurde am 5.10. wie gesagt operiert. Ich hatte eine Wirbelsäulenversteifung vom TH9 bis L3, also sieben Wirbel. Das ist so ungefähr die Mitte der Brust bis in den Lendenwirbelbereich hinein. Die Wirbel sind fixiert, auch hier. Es wird alles im Laufe der Zeit irgendwann nochmal erklärt. Für die, die sich jetzt fragen, was genau da gemacht wurde und warum kommt alles. Ich hatte dann die Operation, bin dann auch aufgewacht und hatte natürlich die ersten 2-3 Tage übel viele Schmerzen. Da habe ich auf Insta auch dann Storys zu gemacht, wo ich halt auch ganz offen halt gepostet habe, wie ich da im Krankenhausbett liege und halt flenne, weil es halt nicht ging. Muss man dazu sagen, ich fliege halt relativ wenig, weswegen die Medikation nicht hoch dosiert werden konnte. Ein Problem, das ich in der Zeit hatte, aber das hat sich relativ fix sogar gelöst. Ich hatte relativ lange, beziehungsweise insgesamt auch gar nicht große Probleme mit Schmerz oder so. Das hat halt kurz angehalten. Ich hatte kurz den Struggle und dann ging es relativ fix. Dann wurden die Drainagen gezogen, dann wurde es sowieso besser. Und dann kam allerdings das nächste Problem, sage ich auch in Zukunft nochmal drauf ein. Ab dem dritten Tag, wo ich auch aufstehen konnte, hat sich dann ein Problem eingespielt, dass ich Schwindelattacken hatte, dass ich mich die ganze Zeit übergeben hatte und halt auch nichts essen konnte, weil jetzt alles nicht drin geblieben ist. War so ein bisschen problematisch, weil ich geröntgt werden sollte, aber ich konnte halt einfach nicht aufstehen. Das hat über lange gedauert, bis sich das eingependelt hat. Ich glaube insgesamt zwei Wochen, bis dann halt irgendwann der Zeitpunkt kam, ich konnte aufstehen, ich konnte entlassen werden. Ich stand dann wieder quasi im Leben und 14 Stunden, nachdem ich entlassen wurde, wurde ich dann wieder operiert, beziehungsweise ich bin wieder ins Krankenhaus gekommen, weil sich ein Teil der Wunde nicht verschlossen hat. War dann wieder im Krankenhaus und habe im Krankenhaus dann quasi die zweite Operation bekommen, war dann wieder eine Woche da und wurde dann wieder entlassen. Auch dazu dann später nochmal eine ganz, ganz spezifische Folge, wo es auch wirklich nur um die zwei Operationen geht. Ich würde auch generell gerne noch was zu den Medikationen machen, wie ich das wahrgenommen habe. Man hört ja auch immer wieder von diesem Morphium-Trip, dass voll das berauschende Gefühl ist und man da übel abhängig von wird. War bei mir halt gar nicht der Fall. So würde ich auch gerne nochmal auseinanderbröseln. Der Punkt ist, dass ich dann nach der zweiten Operation quasi schlussendlich entlassen wurde und dann auch wieder tatsächlich mitten im Leben stand. Und das ist auch quasi der Punkt, an dem ich aufgehört habe, auf Instagram irgendwas zu posten für quasi sechs Monate. Und da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, was ist da jetzt eigentlich dann überhaupt gewesen? Warum habe ich quasi von Anfang November bis Mitte, Ende Mai gebraucht, um überhaupt erst wieder den Schritt zu machen, hier was zu posten? Das sei, dazu auch erwähnt, dieses ganze Posten und Insta, das ist halt quasi irgendwo ein Privileg und hatte halt auch einfach keine Priorität. Ich sage das hier an der Stelle schon mal ganz klar, weil ich an sich übel Bock habe, hier viele verschiedene Videos zu produzieren und darüber zu reden und vielleicht auch Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, zu helfen. Das ist aber immer unter dem Vorbehalt, dass wenn ich es halt einfach gerade zeitlich nicht schaffe und ich kann, dass ich es nicht tue. Ich habe jetzt gerade gewisserweise einen Puffer, wo es halt vorangeht, wo es besser geht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das in Zukunft halt auch genauso weiter takten kann. Ich kann nicht sagen, wann der nächste Teil kommt. Ich kann nicht sagen, ob ich jetzt in drei Wochen zehn Videos mache und dann erst mal drei Monate wieder gar nichts. Das ist alles unter dem Vorbehalt. Ich muss in jeder Lebenssituation quasi spontan darauf reagieren, damit ich mir halt nicht den Stress mache, Stress, dass ich jetzt irgendwas abliefern muss. Und das war auch teilweise so ein bisschen das Problem, was ich dann in diesen sechs Monaten hatte mit Instagram. Ich wollte nicht einfach so aus dem Nichts dann wiederkommen und eine halbe Story machen, wo ich ein bisschen was erzähle und dann wieder zwei Monate nicht da sein. Ich wollte mir die Zeit nehmen und jetzt ganz in Ruhe nach dem Konzept, das ich persönlich auch gut finde, darüber sprechen, was halt so stresstechnisch jetzt los war und warum es halt eben halt auch gedauert hat, als dass ich irgendwie so zwischen Tür und Angel irgendwas mache. Ich habe es in dem Reel schon angesprochen, für die, die es gesehen haben. Ich würde das gerne detailliert und halt in Ruhe und in Ordnung machen. Und deswegen habe ich mir jetzt die Zeit genommen. Ich konnte mir zeitweise aber auch nicht die Zeit nehmen, weil quasi nach der zweiten Operation dann so ein bisschen die Realität auch ja quasi über mir eingebrochen ist. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch schon direkt so zum spezifischen Thema, denn tatsächlich ist gar nicht so der gesundheitliche oder rein mentale Aspekt, der, der mich so lange zurückgehalten hat, hier was zu posten oder halt eben zu reagieren. Tatsächlich hat das Ganze relativ viele wirtschaftliche Gründe, was man im ersten Moment unter Umständen gar nicht denkt. Warum Wirtschaft? Das ist doch eine gesundheitliche Natur. Es ist so, dass ich ja am 5.10. das erste Mal operiert wurde und dann mal eben kurz von jetzt auf gleich zwölf Schrauben und zwei Stangen im Rücken hatte. Das heißt, regenerationstechnisch vom gesundheitlichen Faktor war ich erstmal ausgenockt, was dann im Umkehrschluss bedeutet, ich konnte in der Zeit sowieso nicht arbeiten. Dazu kommt das Problem, Problem, dass ich am 18.10., also 13 Tage nach der ersten Operation, 25 geworden bin. Und in Deutschland ist es so, dass wenn man 25 wird, man mit ein paar Ausnahmefällen kein Kindergeld mehr kriegt, was dann zum damaligen Zeitpunkt zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, 219 Euro monatlich weniger sind, die man bekommt. Dazu kommt, dass ab dem 25. Lebensjahr auch eine Versicherungspflicht besteht, egal in welcher Lebenssituation man ist. Auch hier gibt es natürlich ein paar Ausnahmefälle, da würde ich gerne in Zukunft auch gerne nochmal drüber sprechen. Das bedeutet aber rein faktisch, dass ich von heute auf morgen im Gegensatz zu anderen Studierenden einen Minus von, ich glaube, 344 Euro monatlich hatte. Und das muss irgendwie gedeckt werden. Ich habe also kein Kindergeld mehr, ich muss mich selber versichern, ich habe kein Einkommen, weil ich nicht arbeiten kann und auf einmal steht man komplett nackig da, weil ich nicht mehr zu Hause wohne und halt meine Miete bezahlen muss, weil ich Essen bezahlen muss. Und die einzige Lösung zu der Zeit war Arbeitslosengeld 2. Das wurde dann am 01.01. geändert zu Bürgergeld, ist aber trotzdem das gleiche Konzept, nur mit ein paar Zahlensanpassungen. Das Problem hier, dass die Anträge unfassbar lange dauern. Ich weiß gar nicht, wann genau ich angefangen habe, das müsste irgendwann auch Anfang November eben gewesen sein, so ungefähr der Zeitpunkt, an dem ich dann halt aufgehört habe, Storys zu machen, habe ich auch den Antrag gestellt und es hat, ich meine, bis in Januar reingedauert, bis ich das halt eben auch tatsächlich umsetzen konnte. Und dann muss man halt eben kurz überlegen, ich habe im Oktober quasi nicht mehr arbeiten können. Ich hatte auch kein finanzielles Puffer, weil ich vorher schon nicht auf Basis der Rückenprobleme richtig arbeiten konnte und auch kurzfristig keinen Job bekommen habe. Und dann steht man auf einmal da ohne Geld und es kommt auch nichts rein, aber man wartet auf diese Briefe in der Hoffnung, dass der Antrag irgendwann dann doch bestätigt wird. Und das ist passiert, also der Antrag wurde dann irgendwann bestätigt, Es hat aber halt übel lange gedauert. Und diese Zeit, diese Überbrückungszeit war halt sowieso schon super stressig, weil ich mir halt Geld leihen musste, weil ich auf andere angewiesen war. Und das hat stresstechnisch im Kopf unfassbar viel gemacht. Auch diese gesamte Situation würde ich gerne noch mal ein bisschen detaillierter aufbröseln. Was ist überhaupt dieser Antrag? Warum war das aus meiner Position so schwierig? Warum hat das so lange gedauert? Was muss man da überhaupt machen? Das ist, glaube ich, relativ interessant. Das war keine große Priorität jetzt erstmal. Das kommt irgendwann im Laufe der Zeit. Hat aber erstmal dafür gesorgt, dass ich in den ersten Wochen nach der Operation quasi mental die ganze Zeit gestresst war. Ich war auf 180 kmh im Kopf und bin die ganze Zeit, das muss funktionieren und das muss kommen, jeden Tag an den Briefkasten gelaufen und geguckt, ob ein Brief kommt. Problem hier auch, wenn ich Sachen eingeschickt habe, die quasi angefordert wurden, hat es zwei Wochen gedauert, bis ich eine Antwort gekriegt habe. Deswegen hat sich dieses ganze Prozedere unfassbar weit nach hinten rausgezogen. Und dann war es halt irgendwann Mitte Januar, meine ich, soweit, dass ich dann halt auch tatsächlich den Bescheid bekommen habe, wo drauf steht, ja, Sie können das jetzt in Anspruch nehmen und es wurde rückläufig alles ausgezahlt. Ich konnte meine Schulden mehr oder weniger begleichen. Also das, was ich mir geliehen habe, konnte ich auch zurückgeben. Nächstes Problem ist dann halt eben langfristig, wie finanziere ich mich? Die ganzen anderen Antragsverfahren, die da halt irgendwie mit zusammenkommen, super problematisch, weil ich keinen Job gefunden habe, weil ich da halt auch relativ eingeschränkt bin. Gleichzeitig auch noch einen Antrag machen wollte für den Grad der Behinderung, der jetzt, Stand jetzt, 19.05. auch bestätigt wurde. Ich habe einen Grad der Behinderung, bin damit aber nicht zufrieden. Das heißt, ich muss da auch wieder Widerspruch einlegen, weil ich an sich mehr haben möchte. Das dann nochmal unfassbar viel für Stress gesorgt hat. Ich habe einen BAföG-Antrag gestellt, der immer noch nicht zurück ist. Das geht auch seit, glaube ich Februar, tingle ich damit rum. Das sind auch drei Monate, weil immer irgendwas Neues kommen muss und dann ein paar Probleme bestehen, die sich jetzt spontan auch nicht lösen lassen, weswegen es sowieso nochmal mehr Zeit gedauert hat. Also der Punkt hier ist, ich habe dauerhaft irgendwelche wirtschaftlichen Anträge und Antragsverfahren und irgendwelche Dinge, die halt einfach so umherschwirren, sich aber nicht so richtig lösen lassen, mit denen ich kontinuierlich gestresst war. Also es war super viel, was da mental halt einfach auch draufgeschlagen hat. Und jetzt ist es so, dass dieser Antrag auf Grad der Behinderung mehr oder weniger durch ist. Das Widerspruchsverfahren dauert jetzt sowieso noch sehr, sehr lange, weswegen ich da jetzt nicht so den Stress habe, dass das sofort fertig sein muss. Aber es muss halt langfristig gelöst werden. BAföG ist gerade noch ein Aspekt, der super stressig ist. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich darauf warte, dass ein neues Schreiben kommt. Deswegen habe ich da vom Kopf halt auch gerade die Zeit. Jetzt muss man sich dabei vorstellen, dass es insgesamt halt die Ausgangssituation ist. Ich wurde am Rücken operiert und habe nach der Rückenoperation gar nicht wirklich die Zeit gehabt, mich mental damit auseinanderzusetzen, wie es mir rückentechnisch geht, weil ich kontinuierlich darauf getrimmt war, meine finanzielle, wirtschaftliche Lage in den Griff zu bekommen, weil da am Ende des Horizonts nicht so wirklich ein Lichtblick war. Ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass sich das schnell und spontan lösen lässt, sodass ich auf meinen Rücken achten kann. Ich war dauerhaft in diesen Wirtschaftskalkulationen, bin immer wieder die Zahlen durchgegangen, habe überlegt, wann brauche ich wieder Geld, wann muss ich mir was leihen, wann bin ich dazu gezwungen, mir was von anderen zu leihen. Und das hat mental schon ziemlich, ziemlich sehr reingescheppert. Und das merkt man vor allem an dem Punkt, nachdem ich operiert wurde, nach der ersten Rückenoperation, bin ich quasi aufgewacht. Und ich hatte ein Ärzteteam, das mich abgecheckt hat, erstmal halt auch abgetastet hat. Es gibt auch ein paar funny Storys, die dann irgendwann, wenn es um die Operation geht, halt auch mit dazukommen. Die mich halt quasi abgetastet haben und die Erstversorgung gemacht haben. Und nachdem das fertig war, kam dann irgendwann der Chefarzt selber und hat halt nachgeguckt, wie sieht es aus, was brauchen sie, was für Fragen haben sie. Und an dieser Stelle hätte ich alle Fragen medizinisch fragen können. Wie ist die Langzeitperspektive? Wie geht es jetzt weiter? Wann kommt eine Reha? Nein, ich habe das alles komplett rausblockiert. Die einzige Frage, die ich an ihn hatte, war, ob ich ein Schreiben bekommen kann, wo drauf steht, dass ich für sechs Monate studiere, unfähig bin. Weil ich dieses Schreiben brauchte, um den ALG-2-Antrag zu machen. Also auch hier sei erwähnt, ich war dazu gezwungen, bis nach der Operation zu warten, um den Antrag stellen zu können, weil ich ein Schreiben brauchte, was ich jetzt nach der Operation bekommen konnte. Und im Krankenhaus konnte ich das Ganze nicht machen, deswegen konnte ich das erst machen, also als ich zu Hause war quasi. Aber auch hier die einzige Frage, die ich an ihn hatte, war dieses Schreiben. Und das lag 24 Stunden später auch bei mir auf dem Tisch. Das hat er sofort fertig gemacht, weil es das Einzige war, was mich in dem Moment beschäftigt hat, obwohl ich gerade eine 7-8-Stunden-Operation hatte. Das ist schon so der Punkt, wo man halt eben merkt, was kann so existenzieller Stress eigentlich mit einer Person machen, dass man so getrimmt darauf ist. Und ich war die letzten Monate halt komplett getrimmt darauf, irgendwie damit klarzukommen, wie ich mich wirtschaftlich halte. Und das ist perspektivisch noch nicht ganz so einfach, weil ich auch Stand jetzt nicht ganz genau weiß, wie es jetzt weiterläuft, weil ich für meine spezifische Situation keinen Job finde. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das machen soll, weil da, wo ich wohne, halt auch eben nicht so das Angebot für mich da ist. Ich wohne quasi in einer Großstadt, die aber auch keine richtige Großstadt ist. Ich kann mich aber auch nicht einfach in Penny oder in Rewe oder in Lidl, all die wo auch immer hinstellen und Paletten tragen, weil ich mir dabei halt gefühlt den Rücken breche und körperlich nicht dazu in der Lage bin. Eigentlich bräuchte ich halt einen Bürojob, aber der ist halt verbunden mit Qualifikationen. Und auch hier, die, die mich kennen, die wissen, was ich früher alles schon gemacht habe, wo ich herkomme und welche Bereiche ich alle angeschnuppert habe. Ich bin jetzt 25 und offiziell im dritten, eigentlich im vierten Semester am Studieren und ich habe davor quasi keine andere Qualifikation gemacht als meinen Realschulabschluss und dann meine Fachhochschulreife. So, ich habe keine Ausbildung, ich habe Erfahrung in bestimmten Bereichen, ich habe mehr oder weniger Erfahrung halt in der Montage, aber das kann ich halt nicht machen. Also ich habe für, also ich habe kunsttechnisch halt eben Installation und Deinstallation von halt Kunstausstellungen gemacht. So, das kann ich jetzt nicht mehr, dazu bin ich nicht mehr in der Lage. Das heißt, alles das, was ich vorher gemacht habe, kann ich jetzt irgendwie beruflich nicht mehr machen, weil ich zu gesundheitlich nicht so richtig in der Lage bin und ich finde halt keinen Job. So, und das ist halt auch was, das in den letzten sechs, sieben Monaten halt unfassbar belastet hat, weil ich halt auf diesen Job angewiesen wäre, außer ich kriege halt jetzt einen super hohen BAföG-Satz. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es durchkommt, ist halt super gering. So, ich weiß nicht, wie viel ich kriege. Das Schreiben hätte eigentlich heute da sein müssen, es würde wahrscheinlich morgen kommen. Aber das ist halt auch ein Aspekt. So, dieses Finanzielle, das belastet schon ziemlich hart auf einer Ebene, wo man als außenstehende Person, und das ist aus meiner Perspektive auch vollkommen nachvollziehbar, dass man nicht denkt, dass es so einen hohen Einfluss hat, aber wenn man dann tatsächlich in der Situation ist, dass man sich quasi jeden Tag und jedes Mal, wenn man etwas isst und jedes Mal, wenn man halt etwas einkauft, sich kalkulativ Gedanken darüber macht, kann ich das jetzt eigentlich, darf ich das jetzt eigentlich, ist das finanziell drin? So, in der Situation war ich kontinuierlich. Ich habe alles komplett runtergeschraubt und das Problem daran ist halt, ich wiege an sich schon unfassbar wenig. Für meine Körpergröße, 1,78 Meter, 79 müssen es jetzt sein, wiege ich so knappe mehr als 50 Kilo. Das ist ein BMI, muss man hierbei auch natürlich kritisieren, ob BMI jetzt so vertrauenswürdig ist, weil es verschiedene Körpertypen gibt, aber es ist halt auf dem Papier trotzdem unfassbar wenig. Und das ist dann wieder so ein bisschen gesundheitlicher Aspekt, der dann auch mit Regeneration zu tun hat. Ich habe einen kaputten Schlafrhythmus. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal vor 4 Uhr morgens schlafen konnte so richtig, weil mein Gehirn quasi die ganze Zeit auf 180 ist, um irgendwie in diesem System den Fehler zu finden, der das Ganze behebt. Und jetzt gerade geht es noch ein bisschen in die Richtung, dass ich den Mental State habe, wo ich halt damit klarkomme und das halt auch besser wird. Tatsächlich ist es aber halt so, dass die letzten Monate eine absolute Vollkatastrophe waren und ich mich da gar nicht wirklich so zur Ruhe setzen konnte. So, dass ich kam da halt nicht dazu, mal eben kurz auf Instagram was zu posten, so nach dem Motto, hey, meinem Rücken geht soweit in Ordnung, aber ich weiß halt gerade gar nicht so, wie ich weitermachen soll. Ich bin da jetzt trotzdem irgendwie durchgekommen. Es hat an sich funktioniert. Ich bin jetzt halt da, wo ich bin und werde von hier halt auch weiter arbeiten und gucken, dass ich die verschiedenen Bereiche halt auch in Angriff nehme. Bei ein paar Problemen weiß ich noch nicht ganz, wie ich die beheben soll, aber das werden jetzt die nächsten Tage halt an sich ergeben. Und ich würde das Ganze für mich selber tatsächlich gerne auch benutzen. Also das hier, das Ding hier, YouTube, wie auch immer, um einfach so ein bisschen auch meine Gedankengänge manchmal zu formulieren, weil ich jetzt gerade halt auch merke, ich spreche gerade an sich mit mir selber. So, ich rede mit mir selber, aber ich rede auch irgendwie theoretisch zu einer Person, die das guckt oder Personen, die das gucken. Und das macht so ein bisschen auch den Kopf frei, um zu reflektieren. Also es fühlt sich nicht per se schlecht an, das einfach mal alles so ein bisschen auszukotzen. Und unter Umständen, für den Teil hier ist das jetzt so ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich dazu kommt, dass ich jemandem damit helfen kann, weil das hier jetzt so ein bisschen tabellarisch war, aber halt auch bei den zukünftigen Sachen, die dann unter Umständen kommen, je nachdem wann und je nachdem welches Thema vielleicht auch Leuten helfen kann. Das wäre eigentlich ganz nice, weil der Punkt halt ist, dass ich relativ viele Baustellen habe und ich die Hoffnung habe, dass es halt eben Personen gibt, die bei diesen spezifischen Baustellen dann vielleicht auch Parallelen sehen und sich dadurch vielleicht halt auch inspirieren lassen können. Das Ganze geht halt relativ weit. Ich werde jetzt im frühen Stadium auf jeden Fall mich so ein bisschen sehr auf die Rückenoperation halt auch eben fokussieren, weil das halt auch das Grundthema ist und würde da gerne so ein paar Videos zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Themen genau nennen werde, also ich möchte auf jeden Fall auf den Operationshergang aus statischer Perspektive sprechen. Medikamente, also wie die Medikation war mit Morphium, generell Schmerzmedikamente und wie ich das wahrgenommen habe, ist eigentlich auch so ein Punkt. Dann dieses ganze Thema mit, wie ich dann das zweite Mal operiert wurde, würde ich gerne separat in ein Thema fassen. Und ich würde es halt generell auch sehr strikt einteilen in bestimmte Videos. Wenn die dann nur irgendwie zehn Minuten dauern, dann ist das halt eben so. Ich finde es aber persönlich schöner, wenn ich diese gesamten Themenbereiche wirklich stark komprimiere und mich in einem Video darauf fokussiere. Denn für den Fall, dass ich halt irgendwie damit triggern könnte, deswegen erwähne ich es halt auch eben vorher mit dem Trigger Warning, bei den spezifischen Themen, dann kann man halt ein Video überspringen, verpasst aber nicht alles. Wenn ich jetzt in einem Video über alles rede, dann nehme ich mir halt letztendlich heraus, dass jeder auch alles verkraften kann. Ich würde gerne, wenn generell halt Struggles bestehen bei bestimmten Themen, wenn es jetzt zum Beispiel um Operationen oder so geht, dass man das überspringen kann. Dann fehlt natürlich ein bisschen an Information, aber man kann den Rest quasi mitnehmen. Deswegen würde ich es halt gerne sehr spezifisch aufteilen. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo ich den Themenbereich Rückenoperationen bis Rehabilitation durchhabe, würde ich auch gerne tatsächlich ein bisschen expandieren und halt auf andere Themen eingehen, die damit einhergegangen sind, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II, wie BAföG, Schwerbehindertenausweis oder halt auch eben in die Vergangenheit so ein bisschen zurückgehen. Das kommt wahrscheinlich sogar vorher noch. Warum ich überhaupt operiert wurde? Warum haben konservative Möglichkeiten bei mir nicht mehr begriffen? Welche andere Krankheiten spielen damit rein? Welche Diagnosen habe ich? Welche Diagnosen könnte ich haben? Was wurde da früher gemacht? Denn ich habe eine medizinische Vergangenheit, ich weiß gar nicht, welcher von den Ordnern, und das ist einer von den beiden müsste das sein. Der ist komplett voll. Der ist nur mit medizinischen Berichten voll. Und das geht quasi bis zu meinem 16. Lebensjahr. So 16 bis 17. Lebensjahr müsste das ungefähr sein. Danach ist da nichts mehr reingekommen. Ich habe den anderen Ordner hier, das ist einer von den Schwarzen. Das ist quasi alles, was nur mit der Rückenoperation zusammenhängt. Also der ist auch nicht voll, muss ich dazu sagen. Der andere ist voll. Aber letztendlich ist da halt super viel abgelaufen und super viel, was auch zusammenhängt. Und das sind alles Sachen, die... Ja, ich habe den Drang, darüber zu reden, aber ich kann das hier in diesem Ding nicht machen. Deswegen würde ich eben kurz perspektivisch nochmal drauf schauen, wie soll es weitergehen. Ich würde in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen immer mal wieder was posten. Hier und das Ganze dann halt auf Überquose teilen. Ich habe es da schon angesprochen. Auf Überquose geht es halt eben vor allem darum, spontan und schnelllebig irgendetwas zu posten, weil es halt eben Instagram ist und man da schnell Informationen komprimieren kann. Hier geht es wirklich um Absacken. Komplett verquatschen, in irgendein Thema komplett rein und halt auch nicht irgendwie jetzt die Grenze setzen, aufzuhören, zu reden, weil es schon 1 Minute 30 ist, sondern halt einfach zu labern. Ich nehme jetzt roundabout 20 Minuten auf. Der Punkt ist halt eben, dass ich mir da zeitlich nicht unbedingt den Stress machen möchte, etwas in einem bestimmten Zeitraum fertig zu haben. Deswegen ist es halt eben sein kann, dass ein Video mal 10 Minuten dauert. Es kann auch sein, dass ein Video mal 30 Minuten dauert. Das ist im ersten Schritt vollkommen egal. Das ist vollkommen in Ordnung, dass ich da halt auch längere Videos mache. Und ich hoffe, das kommt halt auch gut an, sage ich mal. Also dementsprechend ist da halt eben die grundsätzliche Perspektive. Jetzt sind hier schon meine Bildschirme ausgegangen. Die grundsätzliche Perspektive. In den nächsten Videos wird es um spezifische Themen gehen. Das hier sollte so eine leicht tabellarische Zusammenfassung sein, bei der man sich halt auch einfach mal eben kurz anguckt, was überhaupt passiert ist. Und ja, genau. Das ist quasi so der Punkt. Wenn ihr Bock darauf habt, so keine Ahnung, wie man das macht, könnt ein Abo dalassen. Ihr könnt auf Hyperkofose gehen. Also tatsächlich, wenn ihr darüber informiert werden wollt, wann Videos online kommen, auf Hyperkofose wird das immer geteilt. Da werde ich immer darauf aufmerksam machen. Der Link ist für den YouTube-Kanal da ja auch drin. Also da kommt ihr auch immer drauf. Ihr könnt auch irgendwie ein Abo dalassen. Es ist mir eigentlich relativ egal, wie ihr es macht. Ich fühle euch frei, das Ganze zu verfolgen und ja, quasi zuzugucken, wie ich es hoffentlich schaffen werde, in den nächsten Wochen und Monaten mein Leben so ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass ich wieder stabil an der Realität teilnehmen kann. Genau.